World Cup 20. Juni 2014 Japan vs. Gräse Kommentar von de seltsam Kenzi Video Japan ist im ersten Spiel an der Elfenbeinküste gescheitert und hat mit 1 zu 2 verloren. Griechenland hat gegen Kolumbien eine 0 zu 3 Niederlage eingefahren. Nun müssen sich beide Teams etwas einfallen lassen und ich denke, Japan dürfte etwas stärker sein und Japan wird das Match gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020